Hä? Hä? Es ist ja gar nicht Wochenende. Es ist ja gar nicht Wochenende. Es ist ja gar nicht Wochenende. Hä? Also Freitag ist schon irgendwo Wochenende. Achso, ja gut. In manchen Ländern ist Freitag Wochenende. In manchen Ländern fängt die Woche besonderer an. Was ist da los? Ist schon wieder Montag. Ne, Quatsch. Geil, Special Folge. Tavern Brawl. Tavern Brawl. Tavern Brawl. Special Folge. Tavern Brawl. Special. Boah, wird das geil. Folge. Special. Heute mit Sonnenbrille. Voll geil. Mega. Es ist die Sonnenbrille in Special Extra Folge. Am Nicht-Wochenende. Keine Angst, morgen kommt auch noch. Und immer morgen auch. Ganz regulär. Aber wir haben eine Special Folge. Irgendwer hat gesagt, ey Leute. Haben wir euch gesagt, ey, dass wir auch ab und an mal Special Folgen machen. Und der Tavern Brawl diesmal passt wie die Faust aufs Auge. Ja, der Tavern Brawl ist einfach mega krass. Ihr habt ihn jetzt letzte Woche genießen können. Jetzt ist wahrscheinlich schon wieder ein anderer. Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Äh, das ist aber egal. Dann ist das halt so ein bisschen so, oh mein Gott, ich hab ihn so vermisst. Und, ah, zum Glück kann ich ihn jetzt nochmal bei Fischwolf gucken. Ja. Bitte. Hört nicht auf, Vorschläge zu schicken an, äh, Hashtag Fischwolf, äh, auf Twitter. Damit wir auch genug Zeug haben für, für in der Zukunft. Ach, übrigens, jetzt gerade läuft ja was sehr, sehr Interessantes hier, ne? Oh, ich, ich wollte es gar nicht sagen. Ich wollte ja gar keine Werbung machen. Ähm, Tavern Brawl, äh, Volverous. Ja, hallo. Ich bin ja, ähm, ne, ich bin ja Best Friend mit Joggi. Ja, du und Joggi. Ihr hattet auch schon, äh, intime Anfassungen, hab ich gehört. Ja, aber sowas von, Alter. Was glaubst du, wie zärtlich der ist mit seinen 500 Milliarden Tendakling? Mit seinen Sexualitäten. Lass uns mal ganz, komm, wir schalten, man sieht hier rechts und links, haben wir keine Decks, weil, und das ist für mich da dran, dass man hier, wenn man hier in den Servant of Jog, Ups, Servant of Jogsaron, was machst du denn da? Er ist kaputt. Alter. Jogsaron hat schon jetzt auch Bisschen. Servant of Jogsaron, tryouts. Help Jogsaron find a Servant. Your deck is full of Wannabes who cast a random spell at a random target when played. Ich glaub, auf Deutsch heißt es, ähm, Jogs sucht den Super irgendwas. So, nach dem Motto, sucht den Super. Hallo? Redest du noch? Hallo? Hä? Hä? Was war das denn? Surprise, Night Fever, ich weiß es nicht. Nein. War ein kleiner Scherz. Ja, wir hatten irgendwelche Mute-Probleme und nicht nur das, liebe Freunde. Wir hatten irgendwelche abgefuckten, mein PC ist abgestürzt, das erste ist das Spiel abgestürzt. Bin ich jetzt über oder wo bin ich? Du bist jetzt über mir, weil wir waren schon im Ding-Song. Dieser Typ da unten! Sch, sch. Erst ist mein Spiel abgestürzt, dann ist mein ganzer Computer abgestürzt. Wir hatten schon eine ganze Folge, also ein ganzes Match gemacht. Eigentlich hatte der Volverus schon einen Punkt. Und wir waren schon im zweiten Match. Aber weil alles im A, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie, vielleicht liegt es an der Special-Folge. Vielleicht, weil wir jetzt Heaven Brawl spielen. I don't know. Wir haben jetzt, ich habe jetzt den PC, ich habe jetzt Sachen umgestellt. Ich habe ihn unter Last getestet. Und ich habe ihn jetzt nochmal in einem Spiel getestet. In einem Hearthstone-Spiel. Jetzt würde ich dich gerne nochmal einladen. Ich kann ihn aber nicht. Wieso geht das nicht? Oh, okay. Einmal Wochenende und der Junge ist raus. Ich habe jetzt nochmal umgestellt. Was ist denn? Was denn? Fisch-Corp cancel the Challenge. Ja, ja, ja. Pass auf. Weil bei mir war jetzt nicht True Friend und so. Ich mache jetzt nochmal hier Heaven Brawl. Jetzt fangen wir an. Also ihr müsst im Hinterkopf behalten. Wenn Volverus jetzt verlieren sollte wegen eines Punkts, dann hat er in den Herzen gewonnen und so. Bla, bla, bla. Okay. Okay, wir machen es nochmal so wie eben. Also die Leute haben jetzt noch kein einziges Spiel gesehen. Du suchst jetzt aus, was ich spielen soll. Richtig. Und ich suche aus, was du dem Priester spielst. Oh, Mist. Und du spielst bitte den Rogue. Hm, sowas aber auch. Den Churken. Hätte ich jetzt nicht mitge... Das ist ja ganz... Lustigerweise hätte ich tatsächlich den Priester ausgewählt, wenn ich mir das selber aussuchen könnte. Ja, ich habe mir gedacht, du darfst einfach mal mit der Klasse anfangen, mit der du ganz gerne und gut spielst. Oh ja. Und dann ist das eigentlich schon ganz einfach. Ich kenne deine Tricks. Ich kenne deine Tricks und spielereien und Spiechen. Die Tricks da rein. Ich habe dich schon mal gerade besiegt. Ich hoffe, das kriege ich einfach nochmal einen. Ja, das war das... Also skill only, ne? Das war... Skill only. Also da war nichts mit Lack oder so. Wie war das? Der Deutsche heißt, Deutschland sucht den Super... Jock. Jock oder was? Ich weiß nicht, wie das den heißt. Deutschland sucht den Super Jock und Deutschland hat ihn auch schon gefunden. Denn... Wo denn? Wo? Wo denn? Über dir. Siehst du, der Jock ist so durch, der sucht unten, wenn ich oben so. Ja, weil ich dachte, du kannst es ja nicht sein. Alter, ich bin der Super Jock. Mann, ich kuschel mit dem noch schon seit... Seit... Monaten. Okay, 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 okay. Deadly Poison. Macht Sinn beim Prichster. Geil. Geil, oder? Geil. Geiler Zug. Siehst du, Jock, Saron weiß, was dir gefällt. Richtig guter Zug. Aber immerhin hast du an einem Mana-Minion zwei Schaden an mir gemacht. Yay! Schätz dich glücklich. Ja, so wollen wir jetzt... Wir haben kein... Also ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das schon erklärt haben. Jedes Mal, wenn wir ein Minion spielen, kommt ein Random-Zauber. Auf irgendwas random. Stimmt. Und das ist alles... Auf Deutsch. Jedes Mal, wenn wir ein Minion spielen, wird ein zufälliger Zauber gespielt. Auf einen zufälligen Charakter. Das kann also... Volveros Held sein. Oder meiner. Oder einer der Minions. Nein! Warum nicht aufs Minion? Was bist du denn? Nochmal mal. Okay. Alter. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt Phase. Weil ich kenne mich ja... Es ist ja wirklich Skill, ne? Jetzt gehe ich jetzt Phase. Und dann spiele ich den. Und dann merke ich... Scheiße! Und dann merke ich... Oh! Schaden verpasst! Mensch! Ja, aber ich frage mich ja immer in solchen Momenten, wäre das dann der gleiche Spell gewesen, wenn ich jetzt nicht angegriffen hätte. Ja, natürlich. Also, nein, wahrscheinlich nicht. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Das sind drei, das sind vier. Fuck. Fuck. Oh, nee. Das funktioniert ja gar nicht, sehe ich gerade. Oh, da funktioniert das doch. Warte. Oh, nee. Und jetzt zieht er auch noch Karten. Wie OP ist das denn? Boah. Alter. War am, Junge. Das Board clear. Ich bin zwar auch clear, aber... Jut. Du bist auch clear und hast fünf Schaden genommen. Also, das war teuer. Das war teuer, ja. Das war teuer. Das war teuer, Kollege. So, wir probieren das mal. Aber alle, Alter. Wir probieren das mal. Was weiß ich nicht. Wollen wir das hier machen? Ja, ne? Was machen wir denn? Place your... Uh! Oh, no! Oh! Renounce Darkness! Geil! Wie geil ist das denn? Also, irgendwie auch lustig. Irgendwie auch lustig. Mega! Irgendwie auch lustig. Mega, Junge. Okay. Alter, dieser Tablet Brawl macht mich fertig. Das Testspiel eben war auch schon so mega gut, ey. Das hätten wir mal aufnehmen. Ja, drei, 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 drei! Auf dich, auf dich, auf dich, auf dich! Yes! Yes! Zieht keine Karte, sein Torn ist tot. Zieht keine Karte und sein Torn ist tot. Schalalala. Lalalala. 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 Jazz Hands! Nee, echt nicht. Hätte ich's mal lieber nicht gesagt, ey. Ich geh ihm mal lieber vorher face. Ich mein, guck mal. Es können zwei extreme Sachen passieren. Entweder du buffst ihn halt und du könntest dann mehr Schaden machen. Oder aber du haust ihn von Bord. Und dann hast du halt gar keinen Schaden gemacht. Also meine Idee ist doch eher eine andere. Ähm, das ist doch mal jetzt... Ich bin ja wohl gar kein Minion. Oh no! Wie ich schon sagte. Oder er spielt einfach gar kein Minion. Ich geb dir einfach zwei Monaden. Und dann ist mein fucking Muckler weg. Komm, mach irgendwas. Mach irgendwas. Nee. Doch, das ist gut. Ja, geht's. Naja. Das ist sogar endgut. Was willst du denn? Ja gut, also jetzt ist natürlich den mit deiner Waffe töten so eine Sache, ne? Ja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Boah, der Twisted, der... Ich fasse es nicht. Ich fasse... Ich fasse es nicht. Ich hab ne lustige Geschichte zu erzählen. Die ist gar nicht lustig. Die ist auch sehr kurz, Alter. Der Silent-Serne. Der war gut, oder? Oh! Das ist doch mal ein Zauber. What? Scheiße. Jawoll. Ich... Eviscerate? Auf dich selber. Oh! Mit zwei, na toll. Au! War ja... Ja, klar. Das war ja ganz toll. Oh! Ah, genau! Er rinnt denselben! Ach, komm! Wie geil ist das denn? Wie krass ist das denn? Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. So eine Freude! So eine Freude! Ich merk's schon. Okay. Interessant. Ja, das macht grad vieles kaputt. Ne, das macht vieles heil. Aber wir haben gesehen in diesem Teppel Brawl, ich weiß nicht, ob ihr da draußen, den ich schon viel gespielt habt, aber hier kann echt alles passieren zu jeder Zeit. Wenn du ein Leben hast, Tree of Life, bam. Oh! Call of... Oh! Alter! Das ist okay. Ja, komm, spiel mal eine Bananen. Ja, ich spiel die Bananen doch. Schreibe ich nicht an. Das meine ich nie fischen. Bis auf die Tatsache, dass ich nur zehn Leben hab, finde ich's okay. Stimmt, das ist ja alles günstiger jetzt auch noch, dank Renown's Darkness. Äh, ja gut. Ist jetzt so mittel toll. Mittel toll. Ja, hier ist ne Menge mittel toll. Ich kann nicht so viel machen jetzt. Ja? Dann mach mal irgendwas. Ach, shit, 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 shit. Okay, okay. Machen wir es trotzdem, Leute? Machen wir es trotzdem? Machen wir es trotzdem? Vier... Machen wir es so... Oh! 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 Oh, shit! Okay. Ähm... Mir geht's grad Simi. Face-A-Ronis. Was willst du denn sonst machen? Face-A-Ronis! Ja. Oh, fuck, man. Ich bin so gespannt, was als nächstes passiert. Ja. Dieter. Oh! Ey, guck mal, das Spiel und der PC sind beide noch nicht abgestürzt. Ich bin begeistert. Komm, komm, yes! Anu, barfuck? Anu, barfuck, was? Ja, doch, Anu, barack. Ja, doch, oh ja. Geiler Typ. Mäh. Spielt man nie, aber im Teppin Brawl? 1A. Oha, jetzt kommt es aber selber. Für neun Männer. Oh! Ne! Oh! Ne! Nice, nice, nice. Oh mein Gott. Face-A-Ronis, face-A-Ronis. Das ist ja schon lethal. Was ist das hier? Oh! Jetzt! Ich sag's mal so. Jetzt bist du ein bisschen, also jetzt solltest du in die Glücks-Tasche greifen. Aber ganz tief. Aber ganz tief. Weil das Problem ist nämlich tatsächlich, ich kann hier Sarah zwar wegmachen, aber das sind ja trotzdem fünf Schaden, die du... Eigentlich hast du exakt lethal. Ja, im Moment noch. Also, Torns weggenommen und Heals und so, die alle noch kommen können, wenn du Minions spielst. Ich hab' nur einen einzigen Versuch. Ein einziger Versuch. Komm schon. Toll. 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 Das hat einfach gewonnen. GG, Alter. Das hat exakt drei. GG? 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 Das war doch ein vorgetäuschter Blue-Screen. Das war kein Blue-Screen. Das war kein Blue-Screen. Das war ein Black-Screen. Toll ich dich orgasmen vor. Toll ich Blue-Screens vor, damit deine Aufnahme nicht verliert. Ey, Wolfi! Ja? Es war alles legit. Ja? Was ist der? Nee, es tut mir ja selber leid. Was soll ich denn machen, Mann? Ja, nix. Du nimmst jetzt einen Paladin. Ich hab' doch selber damit zu kämpfen. Ich soll jetzt einen Paladin nehmen? Ja. Äh, was nimmst du? Schamane, ne? Wenn du das sagst. Das ist jetzt ganz neu. Das ist jetzt ganz neu. Okay, wir haben gelogen. Ist nicht neu. Nee. In Match 2 hab' ich ihn auch geschlagen. Ja. Nee. Da ist zwischendurch abgeschüttet. Das erste haben wir beendet, weil ich wieder reingekommen bin. Ähm. Bei dem Board hättest du's nicht mehr gewonnen. Klar! Hätte! 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 Weißt du, Fahrradkette, es ist ja nun mal so. Bei dem Hammer and Brawl, Alter, kann alles passieren. Alles kann passieren. Also. Komm, Jock. Jetzt enttäuscht mich nicht, jetzt, wenn wir in der Aufnahme sind. Ich hab' Bock, Jock. Oh. Jetzt kommt der... Zombie-Show. Zombie-Show. Ist halt endgeil. Äh. Okay. Ja, ist doch der Top für dich. Komm, wir haben ein Follow-up. Wir haben ein Follow-up. Was? Und. Uh. Verlock? Nee. Alles. Richtig gemacht. Jo. In Random City. Übertreib. Nö. Okay. Okay. Gott sei Dank nicht der 1-1er. Kennst du meine Taktik? Immer... Also, ich geh immer lieber erstmal Phase. Ja, ja. Und dann mal gucken. Oh. Jo. Alter. Fünf ins Gesicht. Spell-Damage. Das geht auch... Das Stefft auch noch mit Spell-Damage, Alter. Wow. Jazz-Hands. Und jetzt... Ich muss mehr Jazz-Hands machen. Ja, genau. Oh-Oh. Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh! Oh-Oh-Oh-Oh! Ah-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh! Oh no, ey! Das hier ist doch einfach zu kotzen! Puh-Oh-Oh-Oh! Wow! Okay, warte mal. Das ist ja... Wahrscheinlich eventuell ein Noble Sacrifice. Nein? Gut. Dann machen wir das mal hier weg, wa? Wegen Face. Passiert nix. Ist das ein Avenge oder so? Oder ist es das, was jetzt den hier weg macht? Es ist einfach nicht normal. Ich täusche auch gleich ein Blue Screen vor allem. Das ist ja zum Kotzwacken. Das ist kein Blue Screen. Es war kein Blue Screen. Bedenken Sie dies. Wow. Gang up. Es ist OP. Ist halt einfach schon gebildet. Unfassbar. Weißt du was? Ich gehe hier Safety. Also nicht Safety, sondern sowas hier. Weil er bietet sich an. Und dann wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. What? Und der ist jetzt... Das hat er vorher gemacht. Oder toll? Oh oh. Oh oh. Oh oh, sagt er. Ja, ja. Das sagt er. Oh oh. Oh shit. Oh my god. Oh. Dieser Tempelbräu gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Ich hoffe jetzt bei den ganzen Abstürzen und so weiter haben wir irgendwie trotzdem noch drin die Information, dass wir Best of Five spielen und so. Ich glaube ja. Ja, das hatten wir am Anfang gesprochen. Oh man, es war eine so tolle Aufnahme. Nicht, weil ich gewonnen habe. Doch. Nur deswegen. Nein. Doch. Nein. Er hat halt einfach jetzt gewonnen. Turn five, ey. Oh my god. Das ist nicht cool. Du musst jetzt auch nochmal gewinnen. Wolffi, das geht so nicht. Ne. Das geht echt so nicht. So viel Luck kann man doch gar nicht haben, ey. Ähm. Was soll ich nehmen? Warlock. Und du nimmst mir den Hunter. Alles klar, Lyria. So, das Ding ist, wir haben ja immer noch unseren Spoilerschutz, ne? Also, in dem Fall, dass ich jetzt das dritte Match gewinne, müssen wir immer noch zwei Matches machen. Ich sag's, also nur falls. Verstehe. Also, es kommen jetzt insgesamt auf jeden Fall noch drei Matches. Davon. Alter, alleine dieser. Ne. Ne. Also, die keine Karte, die ich da gerade gesehen habe in dem Hunter Deck ist halt. Nein. Nein. Willst du uns von ihr erzählen? Ich kann's dir erzählen, ja. Ich hatte gerade tatsächlich... Ne, ich erzähl's doch nicht. Ohoho. Oh. Oh. Mein Gott, Fisch, komm, hör doch mal auf. Hi, Mensch. Wie kann man denn nur so lucky sein? Ich weiß auch nicht. Das ist, ich hab mal Lackhose angezogen. Ja, ich glaub auch. Oh. No genau, gib mir doch noch mehr Attack. Lackhose angezogen. Ey. Ey. Safety, oder was? Ne, wir gehen Fates. Bei deinem Glück passst du den doch nochmal. Lightning. Denk... Oh. Oh. Ach, Fisch, komm, das ist doch nicht mehr los. Ich glaub, du Ragequill ist gleich. Ich glaub, du Ragequill ist gleich. Das ist doch einfach nicht richtig, Mann. Oh, no. Oh. Gut, das hätt's dir sparen können. Ja, sparen. Hä? Ich hab... Ach so. Ups. Ich hab mich vertan. Läuft bei dir. Ich war... Ich habe einen Fehler gemacht. Ach, come on. Jetzt bist du hier in Lack City, oder was? Wow. Ja, das ist natürlich dann das cleverste Play. Nourish. Okay, und du ziehst... Oh, na klar. Na klar. Weißt du, for free einfach mal zwei Mana-Crystals mehr. Ist okay. Ich find das in Ordnung. Naja. Komm, wir sind ungefähr gleich auf. Super süß und super sexy. Wir sind ungefähr gleich auf, Digga. Und ich hab eben meinen Coin weggeworfen für nichts. Na Gott sei Dank. Ja, toll. Wenigstens mal etwas. I don't like this shit. Another councilman. Whisp of... Oh. Nee. Komm, jetzt. Komm. Nee. Mit wem schläfst du, dass das passiert? Ich... richtig höre nicht zu. Ich... Was war das denn für ein Lackbiddle? Unfassbar. Was war das denn für ein Lackbiddle? Nee, also... Nee. Oh, mein Gott. Oh. 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 Nein. Nein. Mach's bei dir selbst. Oh, shit. Oh, das wäre aber auch zu viel. Lass uns bei dir selbst gehen. Du kannst doch die Lightning Storm auf dich... ...draggern. To all enemy Minions. Ja. Ich dachte, Jock kann sowas auch dann auf die eigenen Minions machen. Nee, nee. Schade. Das sind einfach nur Zauber, die random sein können, aber nicht enemies. Kannst du nicht Deadly Shot auf dich selber spielen? Das geht ja nicht. Ist ja gut. Oh, wow. Ich war ein bisschen aufgeregt. Ja, ich hab's gemerkt. Oh, ja. Oh, nein. Jawohl, wichtig. Was? Wichtig. Zwei Mal genau auf den Council, man. Wie geil ist das denn? Der ist dopp... Der... Die Blade ist einfach doppelt auf den Council. Kann die Blade... Aber die Blade muss doch, wenn sie einen verletzt hat, muss sie dann nicht weitergehen? Nein. Ja, sie geht ja weiter, aber auch auf denselben, weil du so... Alter. Viel Glück hast. Ey, wie kann denn... Oh. Das Spiel ist... Oh, Mann. Ja, Jock ist ne Hure. Komm, jetzt mach was Gutes. Als Vergleichsspruchs mit King of Queens. Ja, sehr geil. Ich hoffe, ich sehe gleich etwas, was ich so noch nie... Oh, komm, 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 komm. Oh, ja. Nein. Das ist super. Holy shit. Ja, das heißt aber Holy Light, die Karte. Oh, ich hoffe, ich darf die Karte mal in Aktion sehen. Lock and load? Euer Ernst? Lock and load? Wirklich? Wirklich? Oh, die Karte hat ja gar keinen Charge mehr. Richtig. Oh, ich hätte mich jetzt gerade geärgert, weil ich habe jetzt nämlich ein... Ich mache jetzt ein Play, das ich noch nie gesehen habe. Also, selber nie spiele, weil... Das ist auch echt ungewöhnlich. Princess fucking Huran. Oh, what? Hoffentlich macht es dann auch trotzdem... Ach, du hast ein... Endgut, Mann. Endgut. Die ist geil. Die ist mega gut. Also, die ist halt gar nicht so gut. So metamäßig. Richtig. Aber wenn du sie mal spielen kannst... Dann ist das recht lucky. Zum Beispiel auf den Sylvanas. Und am besten das Ding nochmal reinziehen wieder. Ja, richtig. Was ist denn jetzt hier los? Ich verliere die Orientierung. Shield Slam. Ohne Shield. Ohne Shield. Geil. Geil. Zum vergessen hier, was ich... Ach komm, das gibt's doch gar nicht. Ach komm. Flamestrike. Flamestrike. Wie krass ist das denn? Du heilst dich und trimmst Schaden und plus minus null. Eye for an Eye. Naja, wenigstens beim Vierer. Ich spiel das hier nicht. Ich spiel das nicht. Es ist ein richtig, richtig guter Tavern Brawl, Leute. Es ist ein richtig geiler Tavern Brawl. Jetzt spiele ich noch eine Karte, die so in der Meta auch nicht gespielt wird. Deswegen freue ich mich auch sehr, die auch mal in Aktion zu sehen. Hä, wann denn? Mit dem Legendary Giant Sandworm. Oh, jetzt wird's interessant. Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Was kostet jetzt null? Oh. Komm, lass stecken, Fischi. Und wie ist das? Whenever this attacks killst, it may attack again. Fuck you, bitch. May. Nicht safe, ne? It may attack again. Also ich weiß nicht, wie hoch ist da die prozentuale Chance? Ich dachte, das heißt einfach safe call, das darf der nochmal angreifen. Darf ich das immer? Ich dachte, ja. Ich dachte, May bedeutet so, wie es könnte. Ich weiß es nicht. Ich habe es, wie gesagt, noch nie in Aktion gesehen. Oh, shit. Aber scheinbar darf ich das. Oh, hätte ich den vorher gehabt, ey. Okay, probieren wir es aus. Ja. Nein! Nein, ich dachte, das ist das andere. Er ist reingetappt. Ich war so, warte mal. Und dann er so, ich probiere mal aus. Und dann ich so. Ah, ich bin so doof. Ich hätte halt einfach vorher das spielen können, weißt du? Oh, yes. Oh, zum Glück hast du es nicht gecheckt, ey. Oh mein Gott. Ich hätte das halt einfach zuerst spielen können. Und dann wäre alles überhaupt kein Problem gewesen. Oh, das war mein Fehler. Ja, das war echt super. Oh mein Gott. Gebe ich dir gerade Liesel? Nein. Ja, wahrscheinlich schon. Ui, ui, ui. Und ich gebe dir Liesel. Oh, yes. Der schläft nicht, ne? Ich gebe dir einfach Liesel. Ey, dieses Drecksspiel. Ich will halt eigentlich nicht jetzt... Komm, ich gebe dir noch eine Random Chance. Indem ich nochmal das hier nehme. Nochmal. Ja. Siehst du? Was? 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 Alter. Oh, oh. Ach, siehst du mal. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt ist nämlich Liesel weg. Jetzt ist Liesel weg. Oh, ist alles aufregend. Alter, du hast dich um so viel geheilt. Wie soll ich das denn drehen, ey? Das war krass. Das war krass. Das war krass. Das war krass. Ich... Ich... Oh. Okay. Und? Pfff. Oh. Geh, geh. Jetzt machst du es zu Ende, bitte. Okay, ja. Ja, ja. Okay. Ja, aber guck mal, das Ding ist... Du hattest ja ein Spiel schon gewonnen. Ich wäre aus der Nummer eh nicht rausgekommen. Du hattest ja ein Spiel schon gewonnen, ne? Ja, ja. Aber ich habe jetzt halt drei gewonnen. Ja, ich weiß. Wolfi. Ja, bitte. Wolfi, es tut mir leid. Das Gute ist doch aber... Das Gute ist doch aber, dass wir jetzt noch morgen auf deinem Kanal auch nochmal sowas machen. Und jetzt spielen wir noch zwei Matches. Ich dachte nachher. Stimmt, heute noch. Heute noch. Stimmt. Ja. Wenn wir dich nicht hätten, ne? Wenn wir mich nicht. Und jetzt müssen wir noch zwei Anti-Spoiler-Matches machen. Ja. Indem du wahrscheinlich haushoch gewinnst. Und dich dann noch mehr ärgerst, weil dann das dritte Jahr... Oh Gott. Ich will es mir eigentlich nicht anhören. Sag mir, was ich spielen soll. Ja, ich bin dafür, dass wir jetzt natürlich nochmal die Klassenspielen, die wir schon hatten. Damit wir auf meinem Kanal dann nochmal andere Sachen sehen. Okay. Also spiel bitte nochmal den Pali. Nochmal Pali. Und du spielst nochmal den Shami? Nochmal dasselbe Match? Ja, dann spiel jetzt doch nochmal den Hunter. Okay. Dass wir da wenigstens noch eine Abwechslung haben. Ja. 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 Das ist eigentlich lustig. Die Brille ist ja eigentlich zu klein für meinen Kopf. Aber ich finde das gut. Ich finde, das sieht lustig dämlich aus. Da ist gut. Und ich habe sie gefunden. Du hast sie gefunden? Wo denn? Weiß ich nicht mehr. Ist sehr lange her. Sehr lange her. Ich dachte, das ist verbunden mit deiner lustigen Geschichte, die du erzählen wolltest. Ne, die war auch gar nicht so lustig. In meinem Kopf war sie kurz lustig. War gar nicht so lustig. Ich war einfach... Ich war unterwegs kurz heute, um Pakete abzuholen von Nachbarn, die die angenommen haben. Und dann dachte ich mir, ey, du hast noch gar nicht dieses komische Pokémon gespielt. Wollte gerade sagen, da war ein Pikachu auf deinem Paket. Ne. Und dann habe ich... Ich check das ja alles noch nicht, ne? Und mir ist es super peinlich. Mir ist es super peinlich, mit dem Handy jetzt rumzulaufen. Auch wenn ich nicht Pokémon Go spiele, sondern was anderes auf dem Handy gucke, denke ich immer, dass die Leute mich angucken und denken, pfff... Oh je, oh je. Das ist wieder eins von diesen Opfern. Oh mein Gott. Der fällt gleich die Klippe runter, weil... Heute Nachrichten, ne? Und Nachrichten in Amerika sind zwar leider die Klippe runtergefallen. Ja, habe ich auch mal bekommen. Weil sie abgelenkt waren von Pokémon. Und jetzt kann ich nicht mal mein Handy raus auf der Straße. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Ich meine auch, wenn man auch immer die Klippe runterfällt, wenn man aufs Handy guckt. I don't fucking know. Also, ich meine, um das zu relativieren, das passiert ja ständig. Also auch schon vor Pokémon Go sind da Leute die Klippe ständig runtergefallen. Also man sollte sich vielleicht überlegen, da so ein Geländer hinzumachen. I don't know. Als fahre ich die Geschichte und dann bin ich aber auf dem Weg. Wow. Bin ich bei meinem Weinladen vorbei. Ich habe nämlich so einen Weinladen. Ich habe einen Wine Guy. Der spricht mich auch immer mit Herr Doktor an, weil ich habe mich da angemeldet mit einem Doktortitel. Jawohl. Und ich wollte nur ein Dankeschön Geschenk kaufen für diesen Laden, der immer meine Pakete annimmt. Ah ja. Und das war irgendwie kurz nach Mittag. Und dann meinte er, ach, wollen sie nicht hier ein Weinchen probieren? So als Erfrischung des Tages. Ich hätte dann auch was für sie im Angebot. Und es war halt mitten am Tag, ne? Mensch. Und ich habe gesagt, oh jo. Na gut. Jetzt wissen wir das auch wenigstens. Fischis PC ist gar nicht abgestützt. Der ist so besoffen. Der ist so besoffen. Der ist vorne auf den Riss. Der ist so besoffen. Ich wollte sagen, dass du schon besoffen bist. So ist euch das. Ne. Das war auch so ein komischer zum Essen Wein. Den kannst du gar nicht so ganz viel trinken. Kannst du gar nicht so ganz viel. Okay. Ne. Der ist so ganz... Komischer Wein. Ja, gut. Komischer Wein, ne? Als ich das eine Pokémon gefunden habe, bin ich so von der Kita stehen geblieben. Und ich versuche halt das Ding zu fangen. Und die Kinder fingen schon so an, so an die Scheibe zu kommen. Hey, guck mal. Natürlich. Ach, das tut mir leid. Dieser Tempelbrawl. Echt jetzt? Der Kobold hat sich gerade selber umgebracht wegen seinem Spell Damage. Willst du mich eigentlich verarschen? Das ist unfassbar. So, was ist das da für ein... Ich habe mich gerade gewundert. Harry, Mensch, mach doch nur einen Schaden. Was passiert hier? Aber dann... Ja, okay. Spell Damage. Alles klar! Und Mulch! Oh no! Natürlich. Oh! Der geht doch nur auf meins. Ja, ich denke mal... Ne, tatsächlich. Okay, geht auf alle. Destroy a minion. Okay, geht auf alle. Ja, ist ja gut. Geht auf alle. Was ist das hier? Ich habe es immer noch nicht mal nachgeguckt. Ah, okay. Ist das ein Eisblock? Ist das ein Counterspell? Wir wissen es nicht. Also, für den Fall, dass es ein Counterspell wäre, wäre das natürlich voll worst case, weil du spielst ja keine Zauber. Genauso wenig, wie mir diese Karte bringt, weil ich keine Zauberspiele. Doch, da ist doch einer. So, wollen wir lieber das Board sauber halten, ne? Ja, halt mal sauber. Und wie viele Pokemons hast du jetzt schon? Man sagt nur, wir bringen nicht Pokemons, ne? Das sage ich nur, weil Fischi das sagt. Pokemon. Ein Pokemon, zwei Pokemon. Es gibt kein S dahinter. Genau. Habe ich das mit S gesagt? Ja. Habe ich nicht. Oh! Na genau! Mit Spell Damage! Mit Spell Damage, neun ins Gesicht. Komm, Fischi. Auf, Fischi! Irgendwann reicht es doch einfach. Ich weiß nicht, ob wir diese nächste Folge noch aufnehmen. Ich glaube, du Ragequill ist vorher. Wie kann man denn so hardlucky sein? Ich guck mal nach, ich hab sehr wenig Pokemon. Ich hab erst vier oder so. Weil mir das halt so peinlich ist. Aber ich werd demnächst mal, ich werd demnächst mal losgehen. Und dann werd ich ein paar fangen. Du musst in der Gruppe losziehen, so mit Freunden, dann ist das okay. Ja. Oh, apropos Pokemon. Es ist gerade eins aufgetaucht. What? Hast du ne... Oh, ein Fleckmon! Ich hab noch keinen Fleckmon! Fleckmon Hype! Hammer! Junge, da ist ein Fleckmon auf meinem Schreibtisch! Sehr guter Fireball mit Spell Damage im Übrigen kombinieren. Muss ich sagen. Was machst du denn hier, Fleckmon? Oh, oh. Ach, come on. Wo ist das Problem? Bitter wäre eigentlich für dich eher gewesen, wenn's den Deathlord erwischt. Ja, das wär auch nicht so gut gewesen. Hast du so ne Benachrichtigung, wenn du eins in der Nähe hast? Ja. Wie geht das denn? Indem ich das Spiel einfach rauf. Und die ganze Zeit auf und habe, du Vogel. So, Pokemon. Oh, ich hab fünf. Da hör einmal hin. Und heute hab ich ein Habitat gefangen. Und ein Zubat war super schwer zu fangen. Ich hab irgendwie sechs Bälle gebraucht. Weil das rumfliegt, gell? Ja, irgendwie so ein Scheiß. Sollen, wer hat denn diese Spieler voll... Mann. Oh, 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 oh. Oh, das ist die PS-Spin. Ich kann mir gerade umsonst hier Sachen holen. Oh, ne. What the fuck, Alter. Ich hab drei Poké-Bände gekriegt. Oh, das ist ein Pokémon. Das... Ja. Ja, wo ist es? Es sitzt genau neben dir. Es ist genau neben dir. Soll ich mal ein Foto machen? Ja, wie soll ich zeigen? Ach so, andere Seite. Andere Seite. Warte. Warte. Es sieht nicht so gut aus. Ja, so. Wieso macht er kein... Jetzt, Foto. Ich glaube, ich hab's. Ahaha. Okay, ich glaub... Okay. Alles klar. Und jetzt muss ich es fangen noch. Ja, fang uns mal. Wie heißt denn das? Was ist das? Zeig's halt in die Kamera. Er ist schon gefangen. Dann steht's doch dabei, Mann. Ich zeig's euch gleich. Ich bin über dem scheiß Vieh. Ich zeig's euch gleich. Habt ihr eigentlich gar nicht mitbekommen, was hier eigentlich gerade passiert ist? Nee, ich hab's jetzt... Super, dass wir diese Aufnahme so... kaputt machen dadurch. Alter, es ist gerade das Fun-Match. Drauf geschissen. Es ist an die Spurler. Kein Mensch muss das mehr gucken. Da können wir aber nicht nur Scheiße bauen. Schalt ab! Echt so, schalt ab, Mann. Warte mal, woher hab ich jetzt... Ich hab gerade das 100. Zubat gefangen. Oh, nein. Ich hab gar nicht gesehen, dass ich... noch zwei Attack hatte. Wow. Die hätte ich natürlich nützen können. So, Pokémon gefangen. In Pokédex registriert. Es handelt sich um ein Traumato. Oh, ein Traumato! Die sind alle so schwach, die ich fange. Und das war ein bisschen gecheatet, weil das GPS hat gesponnen. Das war zwei Häuser weiter. And I don't regret. Ich krieg mir doch schon wieder gefühlt lief, Alter. Ich bin doch gar nicht. Gefühle... Woher hab ich denn auf einmal... Alter, ich muss meine Doppelten mal verscherbeln. Wann kann ich mal ein gutes Zubat fangen? No genau. Yes. No genau. No genau. Ja, das ist doch der eine Wahnsinn. Ja, in der Tat. Geil. Er ist ein Traumato geworden. Traumato gefangen. Alles richtig gemacht. Oh! Alter, hätte er mir jetzt die... Hätte er mir die 10 jetzt ins Gesicht gegeben, dann wäre ich nach Hause gegangen. Oh, nicht noch mal heilen! Ach so, gut. Oh mein Gott. Bup, 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 bup. Oh, wie cool! Stimmt. Ja. If you control a secret, restore for health. That's so cool. Oh. Ach du Scheiße. Oh, nee! Oh, nee! Nee. Nee. Oh, das... Nee. 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 Also, es war ganz okay, aber es war jetzt auch nicht gut. Und der Swap-Move ist auch weg. Hm. Fuck, ne? Ich will ja eigentlich restore health, aber... Ja. Guck doch mal, was passiert. Das ist nicht cool. Ja, ich muss es... Ich kann nicht rein traden. Ich brauche die viel health. Ja. Ja. Schwinge-Ding, bitte nicht auf... Oh. Oh. Na klar. Okay, der muss jetzt weg. Und wir nehmen noch den hier. Na klar. Oh. Oh, nice. Oh, Gott. Der Arm ist voll groß. Der Ormel. Na klar. Der Arm. Oh. Ey, ich werde so... Ich würde ja am liebsten Tee machen oder so. So ein Wohlfühl-Tee. Ja, mach mal. Ey, so viel Pech kann man ja gar nicht haben. Oh, no! Eigentlich ist das total gut für dich. Ja, aber ich... Eigentlich meine Taktik war doch immer... Immer erst angreifen. What? Oh, ein Counterspell. Unglaublich, dass der Counterspell tatsächlich noch in Kraft tritt. So unwahrscheinlich, aber okay. Ja, es ist... Es ist... Ich kann es eh nicht ändern. Sind, äh... Ja, es ist wurscht. Und... Was? Gut. Damit zögere ich es aber auch noch hinaus. Naja. Du weißt doch, hier kann... Wir haben hier schon krasse Sachen erlebt. Wir haben schon krasse Sachen. Ich will hier kurz reingehen. Was nicht... Ich hätte eigentlich das Board clearen sollen, Kinder. Macht das nicht zu Hause nach. Oh. Wow. Der arme Wolfi echt ist super eng. Es ist... Selbst wenn ich es Board clear, hast du halt die Waffe, die dann halt das Match gewinnt. Das Ding ist einfach so gelaufen. Hast du ein Minion? Probier das Minion. Wer weiß. Tree of Life wäre jetzt noch was gewesen. Hätt's auch nur rausgezögert. Wieso denn? Ja. Nun gut. Letztes Fun-Match. Ich hab richtig viel Fun. Du hast richtig Fun, ne? Du bist nur am freuen die ganze Zeit. Bin nur am freuen. So, was soll ich spielen? Ich kann... Warte mal. Priest? Ja. Okay, dann spiel du... Nen... Nen... Nen Schamanen? Ja. Ja. Wenn wir jetzt auch einen Rogue spielen können, aber ich finde Rogue ist... Aber Rogue gegen Priest hat man ja schon. Stimmt. Stimmt. Von dem her macht der Schami schon Sinn. Du bist so klug, ey. Manchmal denke ich halt schon mit. So. Ich würde dir jetzt einen Sieg gönnen. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? Ah ja. Es ist wirklich so. Ich würde mir gerne... On-Air auch mal was gönnen. Was? Oh, jetzt kommt das schon wieder. Ich... Du hast ein Spiel gewonnen. Ich... Ist... Wow. Oh, komm. Oh, nein. Ah, das Secret gefällt mir nicht. Wenigstens ist das schon mal kein... Kein Mirror. Ja, komm. Vielleicht stimmt der Herbe. Volles Risiko. Oh, no. Okay. Na, immerhin. Clever. Glück. Immerhin. Oh. Oh. Was ist es denn bloß? Was für ein Secret? Oh, scheiße. Was macht die Karte? Du hast sie gar nicht getötet. Oh. Du hast sie gar nicht getötet. Ich hab nicht aufgepasst, dass das so eine Karte ist. Ja, das war doch nicht so lucky. Hm. Oh. Wer? Wer? Wieso hat er denn jetzt... Da... Was ist dein Problem? Schon gut. Ich dachte, er hat Double Sidents gespielt, aber er hat einfach nur... Schon gut. Ja, es ist auch gut quasi. Kacke. Was du für ein Lack hast. Oh, ich wusste nicht, was die Karte macht. Sie macht gar nichts mehr. Jetzt macht sie gar nichts mehr. Krass. Ah, 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 ah. Den will ich erst mal tot sehen hier. Mäh. Krass. Das war krass, Mann. Das war richtig krass. Es kann halt alles passieren, Kinder. Oh, was? Ja, es passiert gar nichts. Was willst du denn? Ja, aber weil du jetzt dein 6-7er auf dem Board hast. Ja. Der Ogre. Der Classic Ogre. Ja, toll. Wow. Okay. I don't like. Nee, mir gefällt das auch nicht. I don't like this one bit. Jetzt spiel bitte irgendwas, was dir zwei Schaden macht an dem Scheiß Ogre. Ich will nicht mehr sehen. Okay. Oh no. Okay, Zauber war nicht dich. Und du hast jetzt... Oh, shit. Oh. Oh. Alter, Board City. Und jetzt noch auf mich, oder was? Nee. Das ist ja leer. Boah, ey. Was ein Board. Was ein Play in Turn 7. Un-fucking-glaublich. Aber bei meinem Glück trittst du das ja trotzdem irgendwie. Next Turn Twisting Nether. GG. Wie war ich das am dümmsten? Was willst du von mir? Ich sag, das war eine schöne Master of Evolution gerade. Mit der 7-7er. Nein. Oh, cool. Ich sag ja, aus welchen Gründen drehst du das gleich wieder. Ja, mal gucken, ne? Ja, mal gucken. Der 7-7er muss halt weg, ne? Spiel doch mal bitte irgendwas, wodurch ein Zauber auf den 7-7er geht, der ihn tötet. Zumindest Silence. Nehm ich auch. Nehm ich auch. Kacke. Nicht cool. Das Play jetzt so clever ist, weiß ich nicht, aber ich mach's. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube jetzt nicht so clever. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen, das Play. Wow. Es stellt sich als äußerst gut heraus, muss ich sagen. 4 plus 2, oh nein. Wir testen mal. Bitte mach irgendwas kaputt. Nee. Ja. Und. Nein. Genau 2, Mann. Genau 2. Naja, komm, das ist das Mindeste. Er kann nichts einmachen. Ja, aber es ist halt schon wieder so dieses, exakt trifft er das, wie es braucht. Was denn? Ja, hi. Was denn? Äh, ja gut. Das ist jetzt nicht das stärkste Board auf der Welt, was ich da habe. Nicht? Warte mal, ich kann, warte mal. Bevor hier irgendeine Scheiße passiert. So ein cooler Brawl. Ja, der wird, ja, ja, okay, okay. Safety first, ne? Safety first, ja. Und, oh, was. Oh, du, aber du ziehst die Karten. Fucker. Aber halt es halt mal 1-1er, ne? Das ist nett. Es ist schon nett, ne? Vor allem hast du jetzt aber da fucking Windfury auf deinem 5-2er, ey. Ja. Wow. Wow. Oh. What? Ui. Alter. Was ist denn jetzt bitte hier los? Nehme ich. Was ist denn jetzt bitte hier los? Nehme ich so das Board. Ja, Fischi, jetzt zeigt, dass du mega lucky bist mit dem Joggi. Oh, oh. Bloodlust auf dich, ist scheißegal auf wen. Das geht nicht auf mich. Ja, das Problem ist, ach gut, den müssen wir weg machen. Du musst jetzt immerhin den Windfury töten. Na ja, ja, ja. Oh, ich bin die selbe Karten. Und im Plus auf. Nein! Okay, ich hab 1 getötet, ich hab dafür 2 bekommen. Immerhin, immerhin. Holy shit, bin ich schon tot? Nein. Das bist du nicht. Wow. Wow. Zum Glück gibt's noch ein Tavern Royal Special, ey. Oh, hab ich dich jetzt verstärkt? Oh mein Gott. Ne. Achso, ja, ein bisschen. Oh. Komm, komm. Jawoll. Alter. Wichtig. Kack. Wichtig. Da sammelt er sich auch schön die Beast rein, weißt du? Ja, Mann. Card Draw City hier. Spiel doch mal was. Ja? Oh no. Ich hab halt keine... Nein! Fuck. Ich hab halt keine... Oh mein Gott, damit hätte ich Liesel gehabt. Na gut. Damit hätte ich Liesel gehabt. Oh. Sag mal, können wir mal irgendwie was machen, was für mich gut ist? Wow. Okay. Okay. Ich bin die Roper, war aber gerade bei mir. End buggy. Nein! Ähm, okay. Das war ja schon eigentlich ziemlich geil für dich. Ja, das war jetzt nicht total scheiße. Aber jetzt ist natürlich mal ne geile Confessor Palatrice da weg. Ah, drauf geschissen. Ja, ich... Ah, hätte ich schon gerne aufbauen. Oh, shit. Oh. Oh. Nein. Oh. Oh, come on. Ah, es sieht gut aus. Damit kann man arbeiten. Ah. Hat der Face Damage jetzt noch gemacht? Ja, okay. Animation wurde bei mir geskippt. Let's get in. Nee. Ich weiß nicht, wenn ich... Freeze ist ja... Trigger, denn ich bin... Okay, pass auf. Wir machen das einfach ganz einfach. Ach, nee, scheiße. Du könntest ja noch Ding haben. Oh, ist das spannend. Oh. Haha. Ich hab noch einen Taunt. Gut. Gut, dass ich clever war und in das Minion getradet habe. Und nicht Face gegangen bin. Du bist ein cleveres Börschchen. Ja, aber halt nie glücklich. Gut, ja, war eine lange Folge. War eine lange Folge. Ich hatte Spaß. Und, äh, lieber Volverus, zu bewahren Sie sich leid. Ich meine, endet halt jetzt mit 3-0, aber... Ja. Jetzt machen wir die Aufnahme für deine Folge, die dann ein bisschen später auf deinem Kanal kommt. Ich schätze mal ein Stündchen oder zwei, irgendwie sowas. Ja. Und dann würde ich sagen, Leute, weiterhin bitte die verhaltenen Tipps an Hashtag FischWolf. Guckt mal auf unseren Kanälen vorbei, das wäre auch total super, weil da passieren echt krasse Sachen. Krasser Shit. Krasse Sachen. Und dann verabschieden wir uns jetzt mit dem letzten Wort von, äh, Volverus. Tschüss. Bow down. Bye down. Bye down. Vielen Dank.